And when you smile, LP ist wieder am Start und heute spielen wir wieder League of Legends alleine aber dafür mit Garen ich schwörs euch wahr ich hasse Garen wenn der im Gegner Team ist darum wollte ich mal gucken ob ich mal mit dem was reißen kann ich spiel der so auf AD Tank schätze ich mal ja kann gut sein ich glaub ich spiel auch wenn so auf Tank AD Tank so ne ähm schau mal wie ich so mit dem bin und ich hoffe ich kann wenigstens Packels reißen ja ich weiß nicht ich mag Garen eigentlich gar nicht so im Kampfstil und so Spielstil aber wir können ja mal schauen wie der so drauf ist mal schauen wie es läuft am Anfang ist es immer so dass man ein bisschen wartet press D for dance laber doch kein hehehe eigentlich nicht wahr lol hehehe ich bin so ein Trottel hmm hehehe 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 die machen glaube ich da tanzt man auch um 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 ob das schlicht nicht nicht hier wenn es in vom Garen, Bot, Kaka, du bist der Bot, äh Boss meinte ich, ähm, ich weiß ja nie so wirklich, wo ich hingehöre, komm schon, zack, bam, erstmal Schaden reingehauen und meine Mom kommt nach Hause, ich hoffe mal, hier werde ich heute nicht gestört, denn bei mir sind heute alle da, also meine Schwester, meine Mutter und mein Dad. Ja, und ja, da kann schon mal passieren, dass die mich stören, aber naja, ist halt so, wo man noch nicht Dingens ist, nur nicht volljährig und keine eigene Wohnung hat und so, aber naja, ja, wie schon gesagt, es kann passieren, dass man gestört wird, und das meine Mama, Happy Halloween. Das ist doch schön, ja, scheiße. Soll ich schon mal teilnehmen? Nee, eigentlich hab ich keinen Bock drauf, aber. Weil, ich bin alleine unten. Finde ich toll, finde ich super. Finde ich gut. Ist nicht schlecht. Nehm das gerade ein? Nö, tut die nicht. Dann nehme ich erst mal ein. Und loppert hier mich auch gleichzeitig wieder zurück. Äh, Schaden. Das Ding, nee. Leute, was soll ich kaufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Werde ich mir mal später anschauen. Schaden. Das Ding sieht geil aus. Ja, ich hab mir auch mal diese Moba-Feier-Ding jetzt angeschaut. Moba-Feier. Und so geschaut, was man sich so kaufen kann, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Aber gut. Wir werden's noch sehen. Ich hab's eigentlich... Ach, ich werd sehen, wie ich so Sachen kaufe. Zack. Doppelwirbel. Doppelwirbel. Zack, 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 zack. So, der hat weniger Leben. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Zack, stirbt du wechseln. Nein. Schade. Hm, 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 hm. Äh, ja, auf was killen wir denn auf den hier Drehwirbeldingen? Drehwirbeldingen ist es immer gut. Wenn ich zumindest... Schuhe war das mit diesen Flügeldingen, ja, genau. Flügelschuhe. Yeah. Dann bin ich schneller als je zuvor. Ihr wisst Bescheid. Ah, wenn das keiner einnehmen will, dann nehmen wir Masse ein. Wenn man es nicht... Ne, nimm das nicht ein, ohne Scherz. Ey, soll die das mal machen. Ich bin hier zu voll dafür. Da ist der Garen. Da ist der Garen, mal so, ob man den töten kann. Vielleicht klappt das ja. Zack, zack. Schließlich ist unser Viecher auch schon hier unter Versailles und hilft schon so ein bisschen. Nee, das passt schon alles. Nehmen wir nochmal direkt Leben mit. Keine Schaden. Ich verstehe den nicht. Äh, äh, das ist was, was weiß ich, französisch oder so. Oder, ja. Machst du nix. Hm, hm, hm. Ja, ping ist mal wieder zu hoch. Zack, zack, zack. Leute, da wurde ich verstümmelt. Aber nicht mit mir, du, nicht mit mir. Wow, wow, wow. Zack, 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 zack. Komm, mach ihn platt, mach ihn platt. Nee, ist mir zu beskant. Keine Lust. Hätte aber gut klappen können. Ich setze meine Skills vielleicht auch nicht so optimal ein, wie ich es machen könnte. So, ne. Aber. Ich setze es doch einigermaßen gut ein, finde ich. So, nein, nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe nicht, ich sterbe nicht. Komm schon, hau, hau ab. Nein! Das war schlecht. Das war tatsächlich wirklich schlecht. Und jetzt kommt Frosthammer. Frosthammer. Mann, bin ich grad mies. Aber naja, 22. Ist jetzt nicht so optimal. Aber da machst du nichts. Not so optimal. 100, 101, 22, 11, 22, 00. Ist ja toll. Ja, da hatte die keine Schnitte und hat trotzdem angegriffen. Und daher ist die gestorben. Aber naja, okay, gut. Tja, passiert. Tja, da haben wir unsere Ulti. Ich finde Ulti von Garen ja mal mega, mega, mega fies. Ich glaub, macht echt extrem viel Schaden. Zumindest was ich bisher so mitbekommen habe. Wie viel Schaden ich davon mal so kriege. Bin ich echt nicht in Ordnung. Aber naja, gut. Jetzt haben wir ja unser Ulti. Und daher... Ching Shau ist hier oben, weil... Oh, unten meinte ich natürlich. Zack. Stirb doch! Motherfucker. Hätte ich mal Ulti rausgeschmissen? Ich weiß nicht, ob ich den abgekriegt hätte. Wäre bestimmt knapp gewesen. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Daher habe ich es nicht rausgeschmissen. Kann ich ja jetzt hier gleich später noch machen, wenn der gleich angedackelt kommt. Oder auch nicht. Ja, dann fahren wir mal wieder mal Seil. Minions. Was auch immer. Ja, wenn ich mein Lars hätten könnte, ich trottel. Ich hab's einfach nicht drauf, du. Ich hab's nicht drauf. Ja, super. Naja, bis jetzt läuft's eigentlich. Ja. Ist nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Passt schon. Ha, das war schlecht geaimt. Von Havire. Oder Harry. Oder will ich es hier nochmal? Ich weiß es nicht. Nein. Lol, 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 lol. Leben, Leben, Leben. Zack. Sehr schön. Haha. Muhahaha bin ich gemein. Ja, sehr schön. Ja, gehen wir auch mal zurück. Und jetzt schlösch ich meine Schwester. Hör mich auf. Ja, ich nehme auf, sonst würde ich wohl kaum reden. Du kannst aber auch irgendwie meinen Geist. Immer weiter. Ja, aber trotzdem. Ja, ja. Manchmal ist das so ein Schlimm war. Da hat ihr Ulti rausgehauen und stirbt dabei jetzt gleich, glaube ich. Vielleicht. Na gut. Da hat der Chen, nee, Li-Chen, nochmal, ihr die Arsch gerettet. Das wäre ja sonst knapp gewesen. Ich füge den Angriff an. Ja, Qingxiao spielt relativ aggressiv scheinbar. Aber gut. Soll mir recht sein. Ich mag gerne, ich weiß nicht, ob ich wirklich Aggressive mag. Aber es ist halt, gute Mischung ist halt wichtig. Man sollte nicht zu oft sterben. Aber auch nicht unbedingt zu passiv sein. Ja, wir könnten jetzt theoretischerweise anwerfen. Zack, Ulti for the win. Und so. Good job. Schauen wir mal so. Ich wollte schon passen. Ich schreibe jetzt eigentlich Zelda ungern, wenn nicht Gott. Läuftspiel, aber wenn man sieht, dass wirklich nichts passieren kann, dann kann man auch mal zurückschreiben. So, nochmal schnell die Kills gekriegt. Mal ruhig bleiben, ruhig bleiben. Nicht so aggressiv und so. Jetzt sollte die aber auch aufhauen. Nicht so aggressiv. Besonders als Ding jetzt nicht so aggressiv. als Ari, weil die ist halt nun mal nicht so aggressiv drauf gesetzt. Und hier kann man halt nun mal nicht aggressiv spielen. Nein, nein. Stirb, Garen, stirb. Zack. Sehr schön. Habe ich ihn auch mitgenommen. Das war es schon mal wert. Lol, lol. Ah, schade. Lol, das sollte die jetzt nicht riskieren, die Ari. Sehr schön. Nice gemacht. Was komme ich mir zuerst? Ich finde Ari cool. Ich finde Ari sehr sehr cool, wie sie drauf ist. Weil die, ja, die macht nicht Kühlstil, du Wichser, wieso Kühlstil? Finde ich sehr, sehr nice. Da gibt's ja wesentlich schlimmere, ja, Gegner oder auch Teammitglieder, die da rumbeleidigen, weil man gestorben ist, weil man Kisti gemacht hat angeblich und so weiter und so fort. Aber naja, man kann auch nun mal so hier rumstehen, um einfach Erfahrungen zu sammeln. Hm, ja. Da helfe ich vielleicht mal mehr mit. Eventuell, wenn ich Bock drauf habe. Zack, zack. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. Ah, schade, da, 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 da wird's knapp, du. Leil. Zack. So. Sehr schön. Hm, hm, hm. Das war gut gemacht, find ich. Auch wenn das bisschen Kisti vielleicht von mir war. Aber gut. So, jetzt läuft es auch einigermaßen, 6-3. Gemade. Ja, keine Ahnung, was die da so rumschreiben. Soll mir aber auch egal sein, ohne Scherz. Ich versteh die nicht. Muss ich auch nicht. Und das Franzosen? Ich weiß es nicht. Tu mal drin, Noob. Ist bestimmt nicht gemeint oder sowas. Aber soll mir egal sein, denn da ist Garen. Ach, schade. Zack. Lol. Da ist auch mal der zweite hergekommen. Wo der herkam, keine Ahnung. Aber da haben wir schon mal Leben gekrögt. Das ist schon mal sehr schön. Dann nehmen wir uns noch mal ein Leben. Und dann machen wir den hier. Und dann machen wir den hier. Verstümmeln. Ah, 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 ah. So, kriegt ihr den? Ja, das passt schon. Sehr schön. Gut, da hauen wir unser Frosthammer hier raus. Zack. Reihen uns noch ein bisschen voll. Und dann kann es auch schon wieder abgehen. Da konnte ich gar nicht dran verhindern, unser Alter einzunehmen. Aber das ist mir auch relativ rülle. Denn, ja, das können wir euch wieder einnehmen. Ah, ja, das ist, na, schade. Ich bin nicht sehr, 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 sehr da. Hättest ein Sekunde, ja, hätte die ein Sekunde länger überlebt, hätte die Shin, die noch gerettet. Aber sowas ist ja leider nicht der Fall. Aber gut, dafür zerstören wir jetzt irgendeinen Tower. Weil wir es können oder auch nicht. Das war vielleicht fail. Wer zerstört jetzt Tower und kauen dafür ab. Nun, Crymo. Hahaha. Lieson ist auch cool. Also unser Lieson. Ja, jetzt haust du wieder ab, du. Jetzt haust du wieder ab, du. Hahaha. Ich mag meinen Teammates, die sind cool. Bei mir sind zwar jetzt zwei Leutchen, was ich nicht ganz so cool finde. Aber gut. Mhm. Ja, da komme ich zu Hilfe und schon hau dir wieder ab. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Ich komme bestimmt gleich irgendwo aus der Ecke raus. Ah, da ist schon mal Qingxiao. Okay, okay. Aber der kommt, glaube ich, jetzt zu mir. Da ich den Altar gerade einnehme. Aber ich habe schon einen. Gut. Komm, zerstören wir mal schnell. Zack. 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 Sehr schön. Okay. Dann schauen wir mal so, was mit Garen los ist. Nein, schade. Jetzt habe ich mich, glaube ich, gezeigt. Was nicht ganz sehr vorteilhaft ist. Weil ich wollte mich ja eigentlich so ein bisschen verstecken. Um halt hier ein bisschen zu, ja, hinterhältig anzugreifen. Wie man es sehen konnte. Hat das nicht so gut geklappt? Hat das nicht so gut geklappt? Ich führe den Anwärts an. Ich schaue es unten. Leut. Da war der Garten. Dann sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Zack, 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 zack. Alle tot. So mag ich es. Lol, haben die unser Altar wieder eingenommen, ey. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Du Wichser. Lol. Was war das denn für ein Aktionari? Das war nicht so gut. Aber gut. Und... Lade, 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 lade. Zack. Komm, komm, komm. Stöp, stöp. Und boom. Das war dann mal wieder schön. Ich hab die, glaub ich, hier angegriffen. Hab ich irgendwie eine Special, ähm, nebenstehend angreifende Attacke. Gibt's ja so Sachen. Gibt's ja so Sachen. Gibt's ja, wenn man da nebensteht, dass man denen Schaden zufügt. Den Schaden zufügt, was auch immer. War gut. Na, da oben ist ich hingeschaut. Da geh ich vielleicht auch mal hin. Um eventuell zu helfen oder Kill abzustauben. Was auch immer. Der haut so ein bisschen ab. Da ist aber Xingqiu immer noch. Gut, gut, gut. Dann komm mal her, Xingqiu. Komm mal bitte her. Ich würde dich nämlich gerne töten. Na, zack. Und tot. Boom. Tja, ja. Ja, da ist der Garen. Auf dem warten wir mal vielleicht ein bisschen. Ja. Willst du mich angreifen? Du hast nicht mehr sehr viel Leben. Ari, heißt die Ari? Ari, 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 ja. Lol, der macht ja jetzt die ganze Zeit auf. Jetzt weiß ich, warum ich so gut bin. Also, offline. Also, AFK. Was auch immer. Mhm. Darum sind wir so gut. Ich dachte schon, ich wäre mal gut. Aber leider war es nicht der Fall. Bei denen ist aber nur ein AFK. Wo ist ein Xingqiu? Wow. Wow. Jetzt weiß ich, wo die sind. Aber gut. Da hauen wir mal ab. Und alles ist gut. Das ist dein Problem. No problemo, no chabellas. Zack. Wirbelwindattacke. Ja, abhauenattacke. Ja, abhauenattacke. Sehr schön. So, können wir hier lieber sein. Kurz noch. So, das war's dann auch schon. Die Gegner hatten nur zwei Spieler. Aber gut. Ich würde mir behaupten, es war in Ordnung. Ihr seht jetzt, schwarze Bildschirm. Ja, ich hab wieder zu früh weitergedrückt. Aber egal. Ich betreue mich auf einmal fürs Zuschauen. Ein Rundchen mit Garen. Lief doch eigentlich. 9, 3, 2, 86 Versenkel. Also meistens Geld. Ja, das war's auch schon. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.